Herzlich Willkommen zu Minecraft Dokumentation. Minecraft ist ein Multi- und Singleplayer-Game. Es geht in dem Spiel darum, in einer offenen und sehr großen Welt zu überleben. In Minecraft kann man alleine und zu zweit spielen oder zu mehreren. In Minecraft gibt es sehr viele Monster, vor denen man sich in Acht nehmen muss, denn sonst bringen diese Monster einen um. Das ist zum Beispiel ein Creeper. Der explodiert, wenn man in die Nähe von ihm kommt. Und das muss man ihm vorher umbringen. Und zwar so. Minecraft ist in der Jugend sehr beliebt und das meistverkaufte Spiel überhaupt. Das ist ein Mensch namens Steve. Die wollen uns töten, weil wir explodieren, wenn die uns zu nahe kommen. In Minecraft gibt es viele verschiedene Mods und Server. Dadurch bleibt es interessant und lustig. Und jetzt viel Spaß. Es gibt verschiedene Minecraft-Skins. Unserer heißt zum Beispiel Peter. So sieht Peter von allen Seiten aus. Peter geht jetzt Holz suchen. Es gibt verschiedene Arten von Holz. Akazie, Dschungel, Holz und Birke. Man braucht zum Craften für eine Werkbank, um den ersten Tag zu überstehen. Jetzt geht Peter Stein und Kohle holen. Für Stein braucht man die ganzen Werkzeuge zu craften. Zum Beispiel Ofen, Schwert, Spitzhacke und vieles mehr. Hier kaufte Peter eine Spitzhacke. Man braucht drei Steine und zwei Stöcke und eine Werkbank. Hier wird jetzt das Haus gebaut. Hier wird jetzt das Haus gebaut. Um zu überleben, braucht man ein Haus, um dort die eigenen Items zu lagern, damit sie nicht von Monstern oder anderen Monstern geklaut werden. Das wird ein Haus mit einem Erdgeschoss, der ersten Etage und einem Dachstuhl. Hier werden die ersten Räume gebaut. Hier baut Peter zum Beispiel eine Bibliothek. Jetzt wird der Dachstuhl gebaut. Jetzt wird der Dachstuhl gebaut. Hier baue ich ein Schwert. Man braucht zwei Stick und zwei Steine. Jetzt gibt Peter ein Haftschlachten. Die Wolle vom Schaf wird nachher für das Bett gebaut. Jetzt haben wir ein Schaf gefunden, um es zu schlachten. Für ein Bett braucht man eine Werkbank, drei Wolle, aber man kann verschiedene Wolle nehmen und drei Holz. Jetzt müssen wir nur noch das Bett im Schlafzimmer platzieren. Ich war Peter. Und jetzt kommt mein Filmteam. Ich war Aufnahme 1. Unser Team besteht aus zwei Aufnahmen. Das war ich. Ich war Aufnahme 2. Die Vertretung von Aufnahme 1. 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 Die Vertretung von Aufnahme 2.